Leute, wer kennt's noch? Five Nights at Candice Doch dieses Mal ist es Remastered Ich würde sagen, ich klicke einfach mal auf New Game Ich hab's mir noch nicht angeschaut Ich dachte einfach, komm Ich spiel mal wieder ein Spiel, das ich schon ziemlich lange nicht mehr gespielt habe Wir sind hier, es sieht alles geil aus, wirklich Sieht wirklich cool aus One New Message Alles klar Hier ist Strom Das geht hoch Und hier kann man klicken Und hier sind Candy und Cindy, das ist Nacht 1 Also es sollte ziemlich easy sein Einfach ein Hamburger Hier mit zwei Augen Anstelle eines Cupcakes oder was Candy ist es glaube ich Ist schon mal weg und ich such sie Direkt hier, Camp 2 Moin Wie geht's dir so? Also mir geht's gut Ja, was hast du heute so gemacht? Okay, ich hör auf Hier steht's ja, Candy und Cindy Oh, man sieht die Augen wieder Stimmt, das war ja Okay, du bist jetzt rechts Hi, ciao Du bist wieder weg Das ist gut, oder? Denke mal, dass das gut ist Ah, du bist wieder hier Bei Cam 1 Alles klar Dann schaue ich jetzt ein bisschen auf Cindy Hi, wie geht's dir? Ja, ich hab's geschafft Oh, jetzt kommt wieder dieser Teil Hier verstehe ich immer noch nicht Seit damals Seit ein oder vielleicht sogar zwei Jahren Ich glaub ein Jahr Hier war doch was genau Puppet So Wenn ich jetzt hier rüber gehe Und jetzt wieder Oder zuerst ganz nach rechts Ich weiß nicht In den Laufband ist es glaube ich Okay Jetzt kommt er gleich Ja Ich wusste es Also das von der ersten Nacht Das war ja schon fast peinlich So easy war das So, schauen wir mal Die beiden sind hier Ist sonst noch jemand aktiv? Ich hab keine Ahnung One New Message Der Penguin Okay, der Penguin ist aktiv Ich weiß echt nicht, was ich tun soll Ob ich was Spezielles tun muss Hier ist er Hi Okay, der Affe ist jetzt anscheinend auch aktiv Der Penguin ist hier Ich weiß nicht, was der macht Oder wieso er Das macht Was er macht Wo ist dieser scheiß Penguin? Oha Okay, ciao Ah, hier ist der Penguin Ich verstehe aber immer noch nicht, was der genau macht Ah nice, ich hab's geschafft Easy Oh, jetzt kommt wieder das hier Was ich immer noch nicht verstehe So, no Video Input Ich kann mir ja gut vorstellen, dass gleich ein Jumpscare kommen wird Ich fahr hier einfach mal ein bisschen rum mit der Kamera Obwohl ich nichts sehe Oh, jetzt Oh mein Gott Kommt hier Puppet Oder auch nicht Ja gut Dritte Nacht Ich glaube So weit ich mich erinnern kann Habe ich die dritte Nacht Letztes Mal noch nicht geschafft Ich versuch's jetzt aber Aber mehr mach ich nicht Nur noch die dritte Nacht Aber ich denke auch, dass ich sie nicht schaffen werde Ich muss den Penguin verstehen Penguin verstehe ich nicht One New Message Oh Blank Blank ist jetzt hier Oh Er hat sich bewegt Ciao Oh, ciao Sie kommen schon alle direkt Also, ich merk schon Ich muss mich konzentrieren Aber der Penguin kommt ganz normal Wie die anderen in den Metronix irgendwie Ich glaube, ich muss nur Richtig auf Blank aufpassen Oha Oha Ähm Er, ähm Ist aufgestanden Ich glaube, ich muss jetzt schließen Genau Das war Blank Das war Blank Genau Jetzt ist er nämlich resettet Ich glaube, es kam noch ein Ein anderer Animatronic Dazu Und zwar Einer, dessen Augen man Nicht sieht In der Tür Deshalb schaue ich auch immer noch Auf diese Kameras Bei den Türen Irgendwie ist die Maus Ein bisschen komisch hier Ciao Hier vorne mach ich auch zu Es ist schon 3 Uhr Das ist tatsächlich Nicht mal so schlecht Eigentlich Das war er Genau Das war er tatsächlich Ciao Hier kann ich öffnen Hier schließen Hier öffnen Hier schließen So Rechts kann ich öffnen Blank hat sich wieder bewegt Rechts schließen Es ist 5 Uhr Komm schon Das kann ich schaffen Ich will es auch schaffen Deshalb werde ich es hoffentlich Auch schaffen Hier zu Er ist wieder weg Hier rechts wieder schließen Okay Dritte Nacht Easy Jetzt kommt hier wieder so ein Ich nenne es mal Cutscene Ne Das ist nicht wirklich eine Cutscene Aber Intermission Oder so Keine Ahnung Police Line Do not cross Ja Puppet ist wieder da Hey Ist mit dir alles in Ordnung Ich glaube nicht Leute Ich glaube ich beende das Video direkt Ist vielleicht ein bisschen kürzer Aber Trotzdem Wenn ihr wollt Dass ich weiter spiele Versuchen soll Die 4. Sogar die 5. Nacht zu schaffen Lasst Sehr gerne Ein Like da Ich würde mich auf jeden Fall Sehr freuen Und jetzt würde ich sagen Wir sehen uns Im Nächsten Video Video